Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Auslosung meiner Gewinnspiele The Jumping Burger Halloween Edition und The Jumping Burger Turbo Halloween Edition. Erstmal wieder sorry, dass die Auslosung gestern nicht gekommen ist. Leider war es mir gestern zeitlich absolut nicht möglich. Dementsprechend ein Tag verspätet. Ich denke mal, es ist kein Beinbruch. Auf jeden Fall, zu gewinnen gab es jeweils eine PS4-Version. Bei The Jumping Burger der Halloween Edition normal, musstet ihr mir sagen, wie viele Zombies ich im Video versteckt habe. Die richtige Anzahl war natürlich 19. Das haben auch soweit alle richtig kommentiert. Und bei The Jumping Burger Turbo Halloween Edition, musstet ihr mir sagen, wie viele schwarze Kürbisse ich im Video versteckt habe. Da war die richtige Zahl Nummer 12. 12 Kürbisse habe ich insgesamt versteckt. Das war auch soweit alles richtig von euch. Und die Gewinner stehen fest. Der erste Gewinner von The Jumping Burger Halloween Edition, die normale Version, ist Hasa. Hasa, herzlichen Glückwunsch. Du darfst das Ding hier einmal gratis platinieren. Und der zweite Gewinner von The Jumping Burger Turbo Halloween Edition, ist René Gießler. Herzlichen Glückwunsch. Auch du darfst das Ding hier einmal gratis platinieren. Glückwunsch an euch beide zum Gewinn. Damit ihr jetzt auch den Code von mir erhaltet, müsst ihr mich kurz kontaktieren. Entweder macht ihr das Ganze bei PSN Twitter, Facebook oder Instagram. Wo immer ihr möchtet. Die Links dazu findet ihr in meiner Kanal-Info. Allen anderen vielen lieben Dank, dass ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt. Das nächste Gewinnspiel steht quasi schon in den Startlöchern. Am Freitag kommt The Jumping Pumpkin Halloween Edition. Auch da gibt es dann natürlich wieder was zu gewinnen. Also macht wieder mit. Und mit etwas Glück ist dann, ja, habt ihr dann mal gewonnen. Und ansonsten vielen Dank für euren ganzen Support auf meinem Kanal. Vielen Dank für eure Treue. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus. !